Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Eine gewagte und harte Verfilmung des alten Dracula-Themas, dessen Erbe Schrecken, Entsetzen und Grauen bedeutet. Eine gnadenlose, tödliche Jagd. Gleichzeitig erregt dieser Traum mich auch. Ich bin mehr als einmal schon dabei zum Orgasmus gekommen. Sie versuchen mir Linda wegzunehmen. Aber warum kommen sie dann hierher? Weil du in dieser Stunde sterben wirst. Ein blutiger Weg, voller grauenhafter Entdeckungen. Frauen im Banne des unheimlichen Erbes und uralten Fluches des Grafen Dracula. Frauen im Untertitelung. BR 2018